Verteidiger. Okay. Doppelte EP läuft ja noch, oder? Das ist glaube ich einschließlich morgen noch so, ja. Feindliche Bedrohungen im Einsatzgebiet. Was ist das? Na ja, dann gucken wir mal, was hier los ist. Kommt jetzt, bist du hier drauf? Ah, da bist du ja. Ja, klar. Kommt. Achte, das ist übrigens dieser Modus Team Verteidiger, den ich sehr gut finde. Das muss man noch machen. Ja, du siehst jetzt den rote Punkt, die haben jetzt die Flagge letztendlich. Die müssen wir jetzt zurückholen und uns selber. Warum arbeiten denn hier so viele mit Rauch in letzter Zeit? Das ist ja voll belastet. So, also Capture the Flag quasi. Ja, bisschen anders. Du musst halt die Flagge nirgends so hinbringen. So wie bei Capture the Flag. Und das ist halt der Unterschied. Du hast halt keine Base, wo du musst sie einfach so lange halten. Ja. Unmögliches. Der mit seiner Laserwaffe da oben schon wieder, ey. Mit diesen blauen Leuchtkugeln. Ah ja. Vor allem, wenn du dir anguckst. Ich bin keine Flagge fallen gelassen. Ich bin keine Flagge fallen gelassen. Ich bin keine Krone über uns. Und unsere Flagge zurück. Weint auf den Boden. Weint auf den Boden. Oh, was hast du selber geblendet? So ein Schweinekind. Super. Oh, wie ist es dahinter versteckt bei der Flagge? URN-Zonen. Na ist ja geil. Ich habe ja gleich keine Munition mehr. Super. Okay. Mit der Uzi kriegst du ja richtig. Ach, er hatte auch ne Uzi. Ist ja geil. Uzi gegen Uzi. Aber ich bin,eday instant fast tot. Er war schneller. Naja, nicht wirklich. Ja, vielleicht haben wir den da hinten zu töten. Oh, er checkt gar nichts. Er hat gar nichts gemacht. Geil. Ich hoffe auch nichts. Mein erster Kill nach 5 Minuten. Was? Mit der Renette hier. Er schießt mir nur auf die Kniescheiben. Beide sind in Führung. Geht Gas! Hallo. Er sieht mich trotzdem. Er war der Einzige, der nicht geblendet ist. Lass mich raten. Geil. Geil. Feindliche Drohne über uns. Boah ey. Das ist unfassbar. Das hat nichts mit Warsons zu tun. Das ist ja überall so. Ach man, ne. Das ist überall so. Ja. 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 Voll weggeleckt auf einmal der Typ da hinten. Was war denn das, Alter? Was hat mich denn jetzt so krass vermischt? Boah ey. Instant wieder warm. Was hat er denn gehabt, Alter? Mit der MP5. Mit der MP5. Das ist ja gefühlt, trifft er mich drei, vier Mal in meinem Arsch und ich bin direkt tot. Ach. Ach. Feind auf dem Ruhm. Er rutscht doch nicht, wenn ich drücke. Geil. Oh. Da ist er. Er hockt da. Wieder camp da einfach nur hinter der Couch da. Mit der MP5. Na ja, die Uzi ist aber kein... Ich glaube, die kannst du knicken. Ja, die ist halt nur für Nahkampf ereignet. Ja, wenn man es könnte, ja. So ideisch hieß, ich weiß nicht. Ja. Ey, er rutscht wieder genau weg von meiner Fichte, ey. Mann, dräng mich doch nicht zur Seite. Du bist doch mal so fast wie unter einem Team. Na los! Wir haben die Flache freigelassen. 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 Voll drin. Verbindete Vorräte unterwegs. Du hast die... Robert, du hast die Flagge sehr gut. Die Flache zurück. Ja, hätten nicht mehr. Wurde schön mit C4, der hat direkt... direkt an das Kletter geworfen. Ja. Das hat bestimmt gehetan, ja. Und bin direkt um die Ecke gekommen und hab die C4-Päckchen ins Gesicht bekommen. Mann, genau wenn ich hochkomme wieder, ey. Hör auf, ey. Was denn? Lass mich doch mal ins Spiel wieder rein, du Arscher. Ach. Mann. Boah, jetzt habe ich den sogar als erstes gehabt. Oh, an seiner Stelle hätte ich mir gekotzt jetzt so gerade. Ach, du Scheiße, hier sind ja alle. Ja. Was ist denn da? Wo war er denn jetzt da? Ach, hat er wieder C4 reingeworfen? Alter Falter, ja krass. Geh mit den C4-Spielereien hier mal. Der mit Tau? Naja, ich bin auf jeden Fall souverän letzter geworden. Mh. Nö. Ich wäre da schon längst, wenn ich die Killcam hier sehe, Alter. Wenn ich die Killcam hier schon wieder sehe. Der letzte Abschluss. Wie lange braucht der, um um die Ecke zu laufen und zu sehen, dass da einer steht und zu schießen? Bei mir hätte der schon längst geschossen. Dummer Fotze. Also die Uzi lasse ich mal weg. Die ist... Ah, keine Ahnung. Da kann ich auch gleich mit der MP5 oder MP7 spielen. Wo habe ich denn diese Dings ausgewusstet hier? Gut. Doch.. Oder mal wieder die um 13 einpacken. Hm, die hatte ich ja erst dann bei. Ja die um 13 fährt mir die Uzi leid, genau. Oh.. Oh.. Geliefert Tötet den Feind, sammelt ihre Marken und bringt sie zu den Sammelstellen Dorena links mittelang? Nö, ich luft alleine links oder was? Ja, na klar Ist doch immer schon mal gut, wenn man alleine Ach komm schon, also In der letzten Zeit, was ist denn los, Alter? Krank, ey Mann, der Storm springt denn mit alle zu, hier bei der Waffe? Das ist ja Wahnsinn Kriegst du nicht tot da, die Leute? Bitte denn Alter, ey, ich schieße nur auf den Kopf, ich verstehe nicht, was los ist, ich habe mittlerweile, dass das an der Internetverbindung an der Lateins einfach liegt Weil anders kann ich es mir nicht erklären Ah, kann nicht sein Ah, sammel Sammel die ganzen Sachen ein, du Affe Feindlicher Präzisionsluftschlag, Deckung Feindlicher, ich bin gleich tot Ich weiß nicht, woran es liegt, ist das das Pad? Das kann eigentlich nicht sein Du hast die Führung verloren, Soldat Hier ist Falcon 3-0 Das ist endlich jetzt Radar aufgelaufen Das steht bist du, Gott sei Dank Ja, boah, ich muss schon mal schrocken Boah, mein Aiming geht gar nicht Blöde Fotz war scheiße, wenn man immer noch in der Ecke Feindlicher, geh zu dem Gassen Wir haben die Kontrolle, Blotzi fertig Was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn mit einem Ecken, mit einem Ecken? Sterling, ey Feind liegt in Führung Da wird ja sicherlich hier hinten ein Heiko sein Nein, ist auch nicht okay Alter! Alter! Feindliche Drohne über uns! Rad bitte die Waffe nach! Danke sehr! Ja, ich treff alles, aber nicht ihn, ey! Unglaublich! Feindlicher VTOL im Einsatzgebiet! Sehe, hol die scheiß Marken von dem Bastard! Daran, dass du so nahe abliefern musst! Ah, ich versuch mal bei B! Aha, geil, dass du doch die ganzen Feinde... Bei A ist doch direkt vor deiner Nase! Ist ja genau hier, wo ich bin! Schon wieder! Alter, ich kann machen, was ich will! Wie ist damit? Krass! Ja! Ja, nur ist doch gut! Das klappt! Boah, ey, ey! Und wieder ist er schneller! Hast du nicht, ich weiß nicht! Also ich bin der Meinung, es liegt an einer Internetverbindung mit... Mann, das ist ja ein Gegner, Alter! Moment, der hier etwa rin! Ja, der ist mir wieder genau von der Tichte weggelaufen! So wie immer, genau um die Ecke los! In dem Moment, ja! Was ist denn? Ach, der scheiß Jet! Oh Gott! Wer weiß denn das? Ja, du Fotze! Wir starten! Deckel vorführen! Bereits nur ab! Na, du Fotze! Ah, das hätte ich mich aber jetzt auch stark! Wie du dich auch null auf die Tichte verlassen kannst! Und wegen hinter dir Deckung gehen oder so, nein! Ja! Genau dasselbe! Wenn wir einfach nur da oben stehen und nichts machen! Oh, ich habe jetzt diesen fetten Bomber in der Serie bekommen! Na, ne Ahnung, was du meinst! Welcher Bomber? Heli oder was? Ne, so ein... Ramee-Flugzeug! Mit dem du halt Raketen abschießen kannst! Sagt mir ja an, ne? Ja, eigentlich! Hat der Grund noch nie! Aber dann hast du doch ne Küstenabwurf! Achso! Ja, ich habe diesen... Ich habe diesen Küstenabwurf! Und da sind doch immer zufällige... Ehm... Streaks drinne! Achso! Aber das hat sich hin! Auf jeden Fall! Cool! Das war natürlich geil! Ein paar Zweier dabei! Ein paar Vierer-Dinger gehört! Hört mal ne Drohne raus! Ah, wo seid ihr Penner? Ach du Scheiße! Wow! Geh! Ja! Eigentlich wusste ich es ja auch! Aber trotzdem da hinrennen wir! Ja! Ja! Da habe ich mir echt versucht abzugewöhnen! Wenn ich weiß, dass da Jäger sind! Weil jetzt nur, keine Ahnung, weil so Plakate angezeigt werden oder weil man die Map einfach schon kennt und weiß, dass da Leute sind! Da nicht hinzurennen! Da bin ich so oft ran gestorben! Voll nervig! Ja! Weil die halt auch nie alleine da sind! Das ist ja halt! Du musst halt gut antizipieren, finde ich! Bei dem Spiel antizipieren! Das ist ja ein... Scheiße! Gutes Timing brauchste! Was ich ja besonders habe oft! War er jetzt? Warum war ich jetzt nicht? Mann! Ach ja! Genau! Wieder auf mich zu erst! Mann! 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 offen größtenteils aber die cr hier 56 finde ich gar nicht verkehrt benutzt wie gespalten muss ich sagen ich guck mal ich spiel die mal jetzt noch mal genau also wenn die halt das aussieht nicht mehr munitionen ist für mich komplett für den arsch so zumindest an einem bräuchten nicht aber ich spiel so hoch sucht jedenfalls